Herzlich Willkommen beim nettesten Meinungsblogger der Welt und auch herzlich Willkommen zu täglichen Dosis Trash. Hier gibt es täglich neue Videos zu trashigen Themen und diesmal geht es um unsere beste Freundin Anni Bachmann und das 16. Türchen mittlerweile beim Adventskalender. Heute mal ausnahmsweise nicht vor der Kamera. Seht's mir nach, ich hab ein bisschen Kopfschmerzen und bin morgen wieder vor der Kamera, aber ich muss das jetzt hier noch abdrehen für euch, weil sonst kommt kein Türchen. Und ich hab mir einiges hier vorgenommen, den Adventskalender über und ja, das ist echt ein bisschen viel gewesen. Seht's mir danach, dass ich heute mal nicht zu sehen bin und das in Podcastform für euch aufnehme. ASMR, alles grüßen. Also genießt es und wir machen dann hier auch weiter. Wir sind jetzt nämlich an dem Punkt bei Seite 80 und 81, wo sie ja geärgert wurde auf der neuen Schule und dann hat sie vor allem gesungen und hat Standing Ovations bekommen. Vielleicht haben einige das noch auf dem Schirm und die Gute hat dort anscheinend ja die Leute überzeugt, wer es glaubt, erzähle ich ja Geschichten aus dem Paulaner Garten. Aber sie spricht jetzt von einer Chiara, die sie kennengelernt hat und normalerweise würden die Leute sagen, die Chiara, da mach ich lieber einen Bogen drum. Aber nee, die scheinen wirklich solche Leute toll zu finden und das zeigt dann irgendwie auch schon den Charakter von Aline Bachmann und denke, das ist vielleicht aus diesem Buch auch nochmal interessant für euch. Ich zitiere hier. Eine übergewichtige, sehr temperamentvolle Italienerin mit dunkler Lockenmähne. Die Kippe lässig im Mundwinkel stand sie da mit ihren zwei GangmitgliederInnen, Mara und Nadine und legte sich lautstark mit einem Typen an. Ich dachte nur, wow krass, die setzt sich durch und sprach sie direkt an, wer bist du, ist ja echt cool, was du da machst, dem Typen ordentlich die Meinung, Punkt, 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 ja. Also ihr seht, es geht dann wirklich in so eine Richtung, wo sie sich mit Leuten sympathisiert. Wo man sich fragen muss, normalerweise, wenn jetzt so eine Gestalt einen am Hauptbahnhof in Berlin oder am Zoo oder generell in der Schule oder whatever begegnet, dann gehen ja eigentlich die Leute, die normal sind und bzw. ein bisschen Charakter haben, eigentlich solchen Leuten eher aus dem Weg und sagen, oh Gott, brollig, schrecklich, kann ich nicht ab. Aber sich dann gerade die auszusuchen als nächste, beste Freundin oder als Person, an die man sich da dranhängen kann, schwierig, ja. Und ihr seht jetzt quasi auch schon, was die nächsten Folgen dann auch passieren könnte, ja, ich sage extra könnte, um den Spannungsbogen oben zu halten. Es wird dann wirklich so weitergehen, vermute ich, ohne dass ich jetzt schon vorgelesen habe, das habe ich wirklich nicht, ja. Ich mache das hier mit euch live, dass dort einiges auf uns erwartet und am Ahnen sein wird. Und für mich ist das so ein Sinnbild von Aline Bachmann und ihrem Werdegang, diese Beschreibung von der Chiara, die Leute fertig macht und zu sau und in der Gruppe, also ich mag auch so in der Gruppe überhaupt nicht. Also Gott sei Dank habe ich sowas nie erleben müssen, aber ich sehe sowas so oft durch die sozialen Netzwerke oder auch generell, ja, auch in irgendwelchen Ausschnitten von irgendwelchen TV-Sendungen oder generell, wenn man mal rumsappt, dann sieht man ja so oft auch in Filmen so Gruppen und so einen Halbstarken oder eine Halbstarke, die da irgendwie mit zwei, drei Leuten im Rücken Leute fertig macht. Das ist irgendwie so ein gängiges Bild, glaube ich, auch in so Teenie-Komödien und Komödie, jeder kennt es doch aus dem Fernsehen, ja, wo so Leute dann sich über andere stellen und dann anfangen, andere zu mobben oder zu ärgern und im Prinzip das zu machen, was niemand haben möchte. Und solche Leute, da kann ich euch nur sagen, die widern mich an, also ich kann solche Leute nicht ertragen. Und Gott sei Dank ist mir sowas in der Schule oder im Kindergarten oder whatever, in der Uni nie passiert, weil ich auch so ein Mensch glaube, ich bin ja dann auch relativ schnell dann dem die Meinung geeignet würde, aber auch früher war ich eigentlich relativ ruhig. Und da bin ich eigentlich relativ froh, weil da hätte ich mich vielleicht noch nicht so hundertprozentig so gleich gewehrt, dass ich immer zu den Leuten gehört habe, die auch relativ beliebt waren. Aber wenn man das dann halt nicht ist und die suchen sich ja meistens auch immer so Schwächere raus, dann ist das natürlich eine ganz große blöde Sache. Gerade wenn man dann irgendwie sich nicht wehren kann und alleine ist und dann sich dann auf solche Leute zu stürzen. Ich finde das ganz schrecklich und gerade im Hinblick dessen, dass Aline Bachmann ja selber geärgert wurde in der neuen Schule und vom Kindergarten, Grundschule an von allen irgendwie geärgert und missverstanden wurde, dann verstehe ich nicht, warum sie sich dann quasi dann solche Leute aussucht, die im Prinzip auch nicht besser sind und dort im Prinzip schon beim ersten Kontakt so wirken, als wären das genau die Leute, die sie sonst nicht mag. Sich mit denen dann zu sympathisieren und zusammenzutun, zeigt irgendwie ihren Charakter. Und deswegen fand ich das so eine Passage, die auch nochmal ganz gut und interessant aufzeigt, wie sie da auftritt in der Öffentlichkeit und wie sie sich so gibt, dass das alles keinen wirklichen Wert für mich hat. Wenn man dann in der Vergangenheit im Prinzip auch nicht besser war. Also klar, man kann immer sagen, okay, ich habe mein Mist gebaut und mir tut das jetzt leid und ich möchte jetzt dagegen was tun. Da gibt es ja auch Leute, die so drauf waren und dann halt irgendwie dann wirklich was auf die Beine stellen und sagen, okay, ich möchte mich hier verändern und das war ein Teil meiner Vergangenheit, wo ich selber mal so blöd war und das möchte ich halt jetzt irgendwie so umändern, dass ich Leuten helfe und das zum Teil dann vielleicht wieder gut mache dadurch. Aber ja, ganz, ganz schrecklich und ganz, ganz daneben. Mir fällt ja auch immer der Carsten Stahl ein, also den kann man ja auch immer so, also er hat ein paar ganz gute Sachen gemacht, mit den Schulen da präventiv unterwegs sein, finde ich grundsätzlich jetzt nicht falsch. Er hat auch da gute Sachen gemacht, aber mittlerweile finde ich den so ein bisschen schwobelig, aber was ich zu dem auch nochmal sagen wollte, der hat ja auch mal erzählt, dass ihm ja auch als Kind da ultra schlimme Sachen passiert sind und dann wurde er selber so ein Typ, den er vorher verachtet hat, um quasi dann der Harte zu sein und kann man vielleicht psychologisch sich dann so zusammenreimen, warum man dann so geworden ist, temporär, aber er hat ja dann auch die Kurve bekommen, aber ich weiß nicht, irgendwie wird man da mal ganz übel, wenn ich das dann so in den Filmen sehe und da wäre ich immer so latent aggressiv. Ich fand zum Beispiel bei Stranger Things, kleiner Spoiler-Kump, falls ihr die neue Staffel noch nicht gesehen habt, schaltet lieber ab, da hat die Elfie endlich ihren nervigen Mitschülern da mal ordentlich eine reingegeben, die hat dann ihren Rollschuh genommen und da einen voll ins Gesicht geschmettert und viele würden jetzt sagen, Mensch, total brutal und schrecklich, aber ich muss ganz ehrlich sagen, also ich will das natürlich jetzt kein Vorbild nehmen dran, aber ich meine jetzt nur, ich fand die Szene so befreiend, weil ich mich den ganzen ersten Folgen von der neuen Staffel geärgert habe, wie sie da geärgert wird und keiner schreitet da ein und selbst die Freunde gucken weg und ja, so finde ich das immer genugtuend in solchen Filmen, ich weiß nicht, da kann irgendwie jeder sich reinfühlen, dass sowas, glaube ich, blöd ist und ob man das jetzt erlebt hat oder nicht, weiß ich, da freut man sich dann immer für denjenigen, der sich da erfolgreich wehrt. Zumindest ist das bei mir so. Das soll es dann aber auch schon für heute gewesen sein, das ging jetzt relativ schnell. Heute mal in Podcastform, sieht es mir nach, morgen wieder in alter Frische vor der Kamera und ich ruhe mich jetzt aus, lade das noch hoch und dann habe ich morgen auch, ja, dann hoffentlich keine Kopfschmerzen mehr. Bis dann, Leute. Ciao, ciao. Ciao. Bis zum nächsten Mal.